Ja und damit ganz herzlich willkommen zum Interview nach dem heutigen Spiel und ein ganz herzliches Willkommen an meinen ganz besonderen Interviewgast, heute nämlich den Sportdirektor des FC Ingolstadt 04 an Thomas Linke. Hallo Thomas. Servus, grüß dich. Thomas, wir wollen ein bisschen die Zeit heute nutzen, etwas Bilanz zu ziehen, auf dieses halbe Jahr zurück zu blicken, wo er wirklich der FC Ingolstadt, sag ich mal, die zweite Liga richtig gerockt hat und ihr rockt weiter, hat man heute gesehen nach dem Spiel gegen Pauli. Deine Sicht aufs Spiel heute, nach dem Abpfiff, nach den letzten 90 Minuten? Ja, wir sind natürlich überglücklich, dass wir das Spiel heute gewinnen konnten, aber ich glaube, es hat jeder gesehen im Stadion, dass wir die Unterstützung der Fans heute unbedingt gebraucht haben, weil es geht langsam mit den Kräften zu Ende. Kein Wunder nach so einer langen Saison auch. Fantastisch, was die Mannschaft geleistet hat in diesem halben Jahr, auch in diesem Spiel, dass sie auch nach dem Ausgleich nochmal zurückgekommen ist. Pascal Groß sich da wirklich nochmal gequält hat mit Magenkrämpfen und dann unbedingt das Tor machen wollte und erst dann rausgegangen ist und die anderen das noch über die Zeit gebracht haben. Ist natürlich fantastisch. In jedem Fall, die drei Punkte bleiben hier weiterhin auf der Schanz. Italo hat ja gesagt, uneinnehmbare Schanz, die es mittlerweile geworden ist. Und wir haben ja gesagt, wir wollen noch eine kleine Bilanz ziehen. Es war jetzt nach der Hinrunde das beste Ergebnis, das der FC Ingolstadt in seiner Vereinsgeschichte erzielen konnte. Wie ist so das Gefühl, wenn man zurückblickt und auch so nach dem Abpfiff in Leipzig vor einigen Wochen als Feststand, ja, Ingolstadt ist auch Herbstmeister? Ja, das ist natürlich sehr, sehr ungewohnt für uns alle. Und deshalb genießen wir natürlich auch den Moment. Es steckt viel, viel Arbeit dahinter. Man hat das, glaube ich, über das ganze Jahr auch gesehen. Nicht nur die Halbserie, gerade wie die Rückrunde auch schon gelaufen ist, wie die Mannschaft sich da ein Selbstvertrauen erarbeitet hat und einen anderen Fußballstil auch entwickelt hat, zusammen mit dem Trainerteam, der wirklich Spaß macht. Auch den Leuten, glaube ich, die ins Stadion kommen, der begeistert, der frisch ist, der temporeich ist. Und dafür wurde die Mannschaft am Ende des Jahres dann auch belohnt. Viele Spiele waren knapp. Die Mannschaft hat sich immer wieder reingekämpft. Es haben sich Persönlichkeiten entwickelt in der Mannschaft. Es hat sich einen riesen Teamspirit entwickelt. Es hat sich ein Spirit im Stadion entwickelt. Das muss man ja auch mal sagen. Die Leute nehmen das fantastisch an, unterstützen die Mannschaft. Das ist großartig. Und da kann ich mich nur im Namen des Vereins auch bei allen Fans bedanken, die uns hier unterstützt haben. Und kann nur allen auch gratulieren, die hier auch die Helfer im Hintergrund sind, hinter der Mannschaft, die ja sonst keiner sieht. Alle haben wirklich einen sensationellen Job gemacht. Und ich sage immer, aus Scherz gefühlt sind wir jetzt schon im Mai. Weil so viele Punkte, wie wir haben, das ist meistens dann schon Mai und es wird das ein bisschen angenehmer. Jetzt müssen wir uns halt nochmal reinknallen in Darmstadt. Das ist unheimlich wichtig, dass wir da nochmal einen guten Abschluss kriegen. Und ich glaube, dann haben wir alle mal auch entspannte Weihnachten und einen entspannten Jahreswechsel und einen schönen Urlaub. Und im Hinterkopf natürlich immer noch das Jahr, wenn man dann zurückblickt gerade an Silvester, was fantastisch war. Du hast es gerade gesagt, viel Arbeit steckt dahinter. Und bis zur Entspannung ist es viel Arbeit. Aber wie ist so das Gefühl, wenn man so denkt, oder man sieht das ja so richtig auf dem Platz, was hinter den Kulissen gemacht wird, das greift so wunderbar ineinander. Denkt man sich so, ja, alles richtig gemacht? Naja, es ist klar eine schöne Momentaufnahme. Und wie sich die Mannschaft da wirklich entwickelt, den Weg, den wir eingeschlagen haben, mit vielen jungen Spielern auch, die unheimliches Potenzial haben. Das macht einen natürlich Freude, wenn man sieht, wie die Jungs reagieren in Drucksituationen, wo die Erfolge noch nicht so da waren und wie sie sich dann wirklich auch weiterentwickelt haben, gestützt von den erfahrenen Spielern auch. Und wie sie jetzt mit Selbstvertrauen und mit Erfolgserlebnissen auftreten und sich weiterentwickeln, das ist natürlich sensationell. Und da geht sicherlich dem Trainer und uns allen das Herz auf. Das ist schön. Und jetzt steht Darmstadt noch an, am Ende der englischen Woche, am kommenden Sonntag. Was erwartest du vom Spiel? Ja, ich habe gerade Darmstadt noch in der Zusammenfassung gesehen. Das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr unangenehm ist. Das haben wir im Hinspiel schon erfahren. Damals hat man gedacht, naja, wenn man gegen Darmstadt zu Hause nicht gewinnt, dann war es ein schlechtes Spiel. Im Endeffekt muss man sagen, war es vielleicht doch kein so schlechtes Spiel, denn Darmstadt ist jetzt Zweiter, hat heute auch sehr glücklich Tore geschossen. Und man sagt, dass es schön, wenn es läuft, dann läuft es. So ja auch bei uns. Und ich gehe davon aus, dass Darmstadt auch mit einem riesen Selbstvertrauen aufläuft, dass sie wieder sehr unangenehm zu spielen sind. Und wir wollen natürlich nochmal alles investieren und ihnen das Leben so schwer wie möglich machen und gucken, dass wir da nochmal drei Punkte mitnehmen. Jetzt stellen wir uns mal alle vor, ich wäre die gute Fee und du hast ein paar Wünsche frei. Und ich würde sagen, Thomas Linke, der Sportdirektor, was hat der für Wünsche für 2015? Was sind da so die sportlichen Ziele? Ja, ich glaube, an der Zielstellung brauchen wir nicht viel verändern. Was ich mir wünsche, ist tatsächlich für die Jungs, dass sie gesund bleiben, dass sie jetzt sich mal erholen können, dass sie gesund bleiben, dann auch in der neuen Saison. Wir hatten natürlich gerade mit dem Danny eine sehr, sehr schwere Verletzung, die unheimlich wehtut. Und wenn man weiß, wie positiv auch Danny für die Mannschaft war, ist das natürlich ein herber Verlust. Auf der anderen Seite sagt sich die Mannschaft wahrscheinlich auch, wir spielen ein Stück weit für Danny, der jetzt nicht mitwirken kann und wir versuchen ihn da mitzutragen. Und er bringt auch immer, wenn er da ist, seine positive Art hier ein. Und das hilft auch der Mannschaft. Auch ein Koka, der sich dieses Jahr zweimal verletzt hat, ein Ralf Gunisch mit einem Kreuzbandriss, ein Leon Jessen, der sich schwer verletzt hat im Spiel gegen Köln. Ich vergesse jetzt wahrscheinlich die Hälfte. Von daher wünsche ich eigentlich allen nur, dass sie gesund bleiben und alles andere kann man sich erarbeiten. Das kommt dann auch von selbst. Diesen Genesungswünschen schließen wir uns natürlich an. Und was wünscht sich Thomas Linke fürs kommende Weihnachten, der private Thomas Linke? Ja, ich wünsche mir mal ein bisschen Ruhe. Ich glaube, das haben wir uns alle verdient. Nein, wie jeder andere auch, mal im Kreise der Familie zu sein, mal wieder runterzukommen und auch mal abzuschalten, fällt in diesem Jahr bestimmt auch ein bisschen leichter. Jetzt habe ich noch einen Wunsch frei. Und zwar, doch, das habe ich mir irgendwie so überlegt. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht so in einem guten halben Jahr, ich würde so Mai vorschlagen, uns hier wieder treffen an dieser Stelle und dann vielleicht nochmal Bilanz ziehen und zurückschauen auf eine ganz erfolgreiche Saison der Schanzer 2014-2015. Also abgemacht, oder? Sehr gerne. Ja, dann machen wir das so. Und ich denke, jetzt wünschen wir allen Schanzern, allen Fans, natürlich auch dem Team hinter den Kulissen, den Spielern auf dem Platz. Also jetzt habe ich bestimmt die Hälfte vergessen. Alles Gute, ein frohes Fest, frohe Weihnachten und alles Gute auch für 2020. 2015 und dass es so mit den Schanzern weitergeht. Vielen Dank. Danke fürs Dasein. Gerne.